Was drin ist für dich? Tipps, mit denen jeder abnehmen kann, ohne sich dabei zu quälen. Paleo, Keto, Low-Carb, High-Carb – an Diäten herrscht wirklich kein Mangel. Sie alle vereint, dass du dich einerseits auf bestimmte Lebensmittel konzentrieren und andererseits welche weglassen sollst. Aber führt das wirklich zum Erfolg, wenn du abnehmen und vor allem dein Wunschgewicht halten willst? Der Abnehmcoach Dirk Diefenbach weiß aus eigener Erfahrung, dass die meisten Diäten höchstens kurzfristig wirken. Denn irgendwann nerven die strengen Regeln und man verfällt zurück in alte Ernährungsmuster. Sein Ansatz ist deshalb ein ganz anderer, er stellt Praxistauglichkeit und Freude an der Ernährung in den Mittelpunkt. Nur so hältst du eine Ernährungsumstellung durch. Natürlich geht das nicht ganz ohne Regeln, aber die sind denkbar einfach und Ausnahmen sind ausdrücklich erlaubt. Die negative Energiebilanz, der Schlüssel zum Erfolg. Mal ehrlich, wissen wir nicht eigentlich schon alles zum Thema Abnehmen? Welche Nahrungsmittel dafür gut sind und welche wir besser weglassen sollten? Dass Bewegung hilft. Und so weiter und so fort. Deswegen halten wir es jetzt maximal einfach, es gibt nämlich nur ein einziges Prinzip, auf das du dich konzentrieren musst, und das ist die negative Energiebilanz. Davon hast du wahrscheinlich schon gehört. Aber weil sie wirklich das zentrale Element des Abnehmens ist, betrachten wir die negative Energiebilanz in diesem Abschnitt noch einmal genauer. Andere Begriffe dafür sind Energiedefizit oder Kaloriendefizit und letzten Endes ist damit ganz einfach gemeint, dass du am Tag mehr Energie verbrauchst, als du zu dir nimmst. Stell dir zwei Säulen vor, links die Verbrauchssäule und rechts die Zufuhrsäule. Die Verbrauchssäule besteht aus zwei Bausteinen, der eine ist der Grundumsatz. Den verbraucht dein Körper ganz ohne Anstrengung, indem er, ganz einfach gesagt, seine Lebensfunktionen ausführt. Im Durchschnitt sind das bei Frauen ungefähr 1400 und bei Männern 1800 Kilokalorien. Der zweite Baustein ist der Leistungsumsatz. Er besteht aus allen Tätigkeiten, die Kalorien verbrennen. Das können Sport, ein Spaziergang, aber auch anstrengende Denkleistungen sein. Während dein Grundumsatz recht stabil bleibt, hast du auf deinen Leistungsumsatz direkten Einfluss. So, das ist also die Verbrauchssäule. Und die Zufuhrsäule, wie du dir wahrscheinlich schon vorstellen kannst, beginnt morgens bei Null und steigt mit allem, was du über den Tag an Nahrung zu dir nimmst. Ist die Verbrauchssäule am Ende des Tages höher als die Zufuhrsäule, nimmst du ab. Halten sie sich die Waage, bleibt dein Gewicht gleich und führst du dir mehr Kalorien zu, als du verbrauchst, dann nimmst du zu. Mit diesem simpeln Wissen lassen sich auch gleich diverse Abnemmythen entlarven. Was ist dran an den gängigsten Abnemmythen? Mythos Nummer 1, wenn du abends nichts mehr isst, nimmst du ab. Hast du bestimmt schon mal gehört, oder? Das mag für gesundheitliche Ansätze wie zum Beispiel das Intervallfasten interessant sein, aber wenn es nur ums Abnehmen geht, dann ist das Verbot, abends zu essen, völliger Quatsch. Warum? Weil am Ende des Tages eben nur die Gesamtabrechnung von zugeführten und verbrauchten Kalorien stimmen muss. Wann du die Kalorien zu dir nimmst, ist dabei völlig egal. Ein Grund, weshalb sich dieser Mythos so hartnäckig hält, könnte die Waage sein, ist du sehr spät, dann ist deine Verdauung am nächsten Morgen noch nicht komplett abgeschlossen. Deine Waage zeigt in der Früh also etwas mehr an. Für den eigentlichen Erfolg macht das aber keinen Unterschied. Der nächste Mythos besagt, dass man mit viel Sport automatisch abnimmt. Stimmt so natürlich auch nicht. Zwar ist Sport ein gutes Mittel, um den Leistungsbaustein deiner Verbrauchssäule zu aktivieren. Aber wenn du dir nach dem Sport drei Pizzen gönnst, dann kommst du am Ende trotz aller körperlichen Anstrengung nicht in die negative Energiebilanz. Falls du Sport zum Abnehmen machst, um abzunehmen, achte also darauf, deine körperliche Ertüchtigung nicht durch ein Übermaß an Essen wieder zunichtet zu machen. Aber damit wir uns nicht falsch verstehen, hungern sollst du natürlich auch nicht. Das Thema Sättigung gucken wir uns deshalb gleich noch genauer an. Doch jetzt erstmal weiter mit dem nächsten Mythos. Umgekehrt ist es natürlich auch ein Mythos, dass Abnehmen ohne Sport unmöglich wäre. Klar, du musst deine Verbrauchssäule schon in die Höhe treiben, aber das geht eben auch durch andere Bewegungen wie Spaziergänge, mal die Treppen statt den Fahrstuhl zu nehmen oder mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Hauptsache, am Ende des Tages hast du mehr Kalorien verbraucht als zu dir genommen. Und dann gibt es noch zwei Mythen, die eng miteinander zusammenhängen. Die Gene sind schuld. Und sobald ich normal esse, nehme ich wieder zu. Hinter beiden Wehklagen steckt aber vor allem eins, schlechte Gewohnheit. Wenn Übergewicht über Generationen auftaucht, dann wahrscheinlich, weil die Familie schon immer falsch mit Ernährung umgegangen ist. Und falls du glaubst, wieder zuzunehmen, sobald du dich normal ernährst, dann ist die unbequeme Wahrheit wohl eher, dass du dich nie wirklich normal ernährt hast. Aber keine Angst, damit lassen wir dich jetzt natürlich nicht allein. Was heißt es denn, sich normal zu ernähren? Aufs Verzichten verzichten und trotzdem mit einer einfachen Formel abnehmen. Um das zu erklären, knöpfen wir uns noch einen weiteren Mythos vor, nämlich den, dass du zum Abnehmen auf Kohlenhydrate verzichten solltest. Tja, das kann zunächst einmal funktionieren, weil du dann natürlich automatisch jede Menge Kalorien weglässt. Aber erstens braucht unser Körper ganz einfach Kohlenhydrate, sie dauerhaft wegzulassen, wäre also schlichtweg ungesund. Und zweitens würdest du das mit Sicherheit nicht lange durchhalten, sprich, der berüchtigte Jojo-Effekt würde irgendwann eintreten. Und damit wären wir bei einem ganz zentralen Punkt fürs Abnehmen. Normale Ernährung bedeutet, dass du auf nichts verzichten musst. Du musst nämlich keine Lebensmittel für immer aus deinem Leben verbannen, um abzunehmen, im Gegenteil. Wenn du mit dem Verzichten arbeitest, dir also zum Beispiel verbietest, abends Schokolade zu essen oder morgens deine geliebte Marmelade, dann ist die Gefahr sehr hoch, dass du deinen neuen Speiseplan irgendwann aufgibst und rückfällig wirst und dann natürlich wieder zunimmst. Abzunehmen bedeutet schließlich nicht nur, kurzfristig viele Kilos zu verlieren, sondern auch langfristig ein Gewicht zu erreichen, mit dem du glücklich bist. Und das geht nur, wenn du weiterhin gerne isst. Deinen Speiseplan solltest du allerdings trotzdem etwas anpassen. Von jetzt an solltest du alles trecken, was du isst, damit du weißt, wie viele Kalorien du genau zu dir nimmst. Was allerdings ein bisschen fies ist beim Kalorienzählen, eine Kilokalorie ist aus Abnehmensicht nicht gleich eine Kilokalorie. 300 Kalorien in Form von Vollkornbrot und 300 Kalorien in Form von Schokolade sind rechnerisch zwar identisch, aber von der Qualität her etwas ganz anderes. Warum? Weil die Schokolade bzw. der darin enthaltene Zucker deinen Blutzuckerspiegel verrückt spielen lässt. Du wirst schon nach kurzer Zeit Hunger bekommen und wieder etwas essen wollen, während dich Vollkornbrot viel länger sättigt. Und das ist ein weiterer Schlüssel zum Abnehmen. Probiere einfach mal unterschiedliche Lebensmittel aus und versuche herauszufinden, wie gut oder schlecht sie dich sättigen. Dabei kann es dir helfen, satt sein, durch Hunger haben, zu ersetzen. Ersteres ist manchmal gar nicht so leicht zu erkennen, aber wenn du dich nach einer Mahlzeit oder nach der Hälfte davon fragst, ob du eigentlich noch Hunger verspürst, dann fällt es dir wahrscheinlich leichter, deinen Essensdrang zu regulieren. An dieser Stelle haben wir noch zwei konkrete Tipps für dich. Erstens, die Telleraufteilung. Versuche, deine Mahlzeiten im Verhältnis 50 zu 25 zu 25 aufzuteilen. 50% bestehen aus Obst oder besser noch Gemüse, 25% aus Eiweiß wie Fleisch, Fisch oder Tofu und 25% aus Kohlenhydraten. Letztere am besten als Vollkornvariante, aber das ist kein Muss. Wenn du zum Beispiel lieber Weißbrot isst, dann ist das okay, solange du damit klarkommst und nicht eine halbe Stunde später gleich wieder Hunger hast. Was uns zum zweiten Tipp bringt, mach dir eine Liste mit Lebensmitteln, auf die du keinesfalls verzichten willst. Und schreib da wirklich alles drauf, Schokolade, Gummibärchen, Chips. Und dann versuche sie in deine Essensplanung so einzubauen, dass du trotzdem jeden Tag eine negative Energiebilanz hast, wenn du ins Bett gehst. Sich von Rückschlägen nicht vom Weg abbringen lassen. Stell dir vor, du sitzt im Auto und gibst richtig Gas, rauf auf die Autobahn und volles Karacho. Ein paar Kilometer lang hast du ein breites Grinsen im Gesicht, doch dann ist plötzlich Stau. Und nichts geht mehr, keine Chance, du stehst still. Und das nervt dich gewaltig. Tja, genau das kann dir natürlich auch beim Abnehmen passieren. Am Anfang bist du voller Euphorie und hältst dich an all deine Vorsätze, aber dann kommt da plötzlich dieser eine Tag, an dem du von deinem Vorhaben abweichst, und schon ist sie da, die Frustration, wie beim Stau auf der Autobahn. In solchen Momenten kann dir die Staumetapher sehr gut helfen. Was machst du, wenn du im Stau stehst? Richtig, du harrst aus. Und genau das solltest du auch beim Abnehmen tun, es wird niemals immer nur vorangehen, sondern Rückschläge geben, die sich auch auf der Waage zeigen. Das ist ganz normal. Versuche dir das immer wieder vor Augen zu führen und ruhig zu bleiben. Wenn du es mal nicht in die negative Energiebilanz schaffst, dann ist es eben so. Am nächsten Tag machst du es wieder besser. Die Gefahr besteht nämlich, dass du eine Jetzt-ist-alles-egal-Haltung entwickelst und dann deine ganze Essensplanung über Bord wirfst. Aber es ist niemals alles egal beim Abnehmen. Es macht einen Unterschied, ob du deine Energiebilanz nur an einem oder an zwei Tagen verfehlst oder über eine ganze Woche oder gar einen ganzen Monat. Lass dich also von Rückschlägen niemals aus der Bahn werfen. Oder würdest du im Stau auf der Autobahn komplett umdrehen und wieder zum Startpunkt fahren? Natürlich nicht. Du würdest dein Ziel dann eben mit etwas Verspätung erreichen. Fürs Abnehmen heißt das, nimm dir Zeit und hab Geduld, falls es nicht so schnell geht, wie du es dir wünschst. Und vertraue dir, dass du dein Ziel erreichen wirst. Um Rückschläge möglichst gering zu halten, haben wir dir schon eine wichtige Sache mit auf den Weg gegeben. Verzichte aufs Verzichten und baue deine Lieblingsnahrungsmittel in deinen Essensplan ein. Zweite ganz wichtige Sache, achte auf die Alltagstauglichkeit deines Ernährungsplans. Bist du viel unterwegs? Isst du mittags in einer Kantine? Hast du gerne Snacks am Schreibtisch? All solche Sachen solltest du berücksichtigen und idealerweise am Ende eine Ernährung mit negativer Energiebilanz finden, von der du ehrlich sagen kannst, es macht mir Spaß, mich so zu ernähren, und ich kann diese Ernährung mein ganzes Leben lang weiterführen. Realistische Zwischenziele statt des täglichen Blicks auf die Waage. Eben haben wir von dem Ziel gesprochen, dass du erreichen wirst, auch wenn du dafür gelegentliche Wartezeiten in Kauf nehmen musst. Wie genau aber sollte deine Zielsetzung aussehen? Klar, das ultimative Ziel ist dein Traumgewicht. Aber es sollte eben nicht nur die Zahl sein, sondern auch eine Ernährungsweise, mit der du langfristig dein persönliches Idealgewicht halten kannst. Und auf dem Weg dahin lautet die Zauberformel realistische Zwischenziele. Sagen wir mal, du startest bei 100 Kilo und möchtest auf 80 herunterkommen. Dann ist das natürlich ein ganz schön weiter Weg. Und weil du beim Abnehmen Geduld benötigst, kannst du dir bestimmt vorstellen, wie schnell deine Motivation verloren gehen kann, wenn du dich deinem Ziel nur sehr langsam näherst. Baue daher ganz einfache Zwischenschritte ein. Und die dürfen ruhig kleinteilig sein. Stell dir das wie eine To-Do-Liste vor, zum Beispiel 97 Kilo, 94 Kilo, 91 Kilo und so weiter. Regelmäßig kleine Ziele zu erreichen, motiviert dich viel mehr, als ein einziges in weiter Ferne anzupeilen. Und wenn du ein Zwischenziel erreicht hast? Dann belohnst du dich. Damit ist nicht unbedingt die riesige Sahnetorte gemeint, sondern andere schöne Dinge, die du auf einer Belohnungsliste sammelst. Vielleicht ein neues Kleidungsstück oder eine schöne Massage? Gönn dir auf jeden Fall etwas, wenn du ein Ziel erreicht hast. Denn das hast du dir verdient. Eine Sache gibt es da aber noch anzumerken. Guck bitte nicht jeden Tag auf die Waage. Das führt oft zu unnötiger Frustration. Nimm dir lieber einen festen Tag in der Woche vor, an dem du dich immer zur gleichen Uhrzeit wiegst. Warum? Weil Tagesschwankungen ganz normal sind. Wichtig ist, dass du langfristig auf dem richtigen Weg bleibst. Sollte das aber doch nicht der Fall sein, dann steckt vielleicht etwas Grundlegendes dahinter. Widmen wir uns zuletzt also noch der Frage nach deinem ganz persönlichen Warum. Warum willst du abnehmen? Irgendwie kommen mir alle so schlank in meinem Freundeskreis vor. Oder, auf dem Abiball meiner Tochter muss ich aber mindestens 5 Kilo leichter sein als jetzt, sonst blamiere ich mich vor den anderen Eltern. Hast du solche oder ähnliche Gedanken schon mal gehabt und wolltest deswegen abnehmen? Ganz ehrlich, das sind keine guten Ausgangspunkte. Solche externen Motivationen funktionieren höchstens kurzfristig. Langfristig werden sie dich nicht davon abhalten, in alte Muster zu verfallen und wieder zuzunehmen. Das liegt daran, dass du ständig das unterschwellige Gefühl hast, deine Ernährung und deine Bewegung nur für irgendjemand anderen umzustellen. Und dadurch fühlt es sich wie eine Pflicht an und nicht wie etwas, das du gerne tust. Eine wichtige Frage lautet, vielleicht glaubst du ja nur, abnehmen zu müssen, willst es aber in Wirklichkeit gar nicht? Das wäre nicht verwunderlich, schließlich suggerieren uns soziale Medien, Fernsehen und Werbung permanent, dass nur besonders schlanke Körper schön und alle Menschen, die davon abweichen, nicht gut genug sind. Das ist natürlich Quatsch. Also, wenn du dich wohlfühlst in deinem Körper, egal, wie viel er wiegt, dann bleib so, wie du bist. Solltest du aber tatsächlich abnehmen wollen oder dir unsicher sein, dann hinterfrage dein Warum. Es ist der Schlüssel für lang anhaltenden Erfolg. Dafür gibt es eine einfache Übung, stell dir vor, du befindest dich auf einer einsamen Insel. Es ist wirklich niemand anderes dort als du selbst, würdest du abnehmen wollen? Und wenn ja, warum? Ein Grund könnte zum Beispiel sein, dass du dich körperlich unwohl fühlst. Egal, wie du die Frage für dich beantwortest, dein Warum sollte von ganzem Herzen kommen und nur von dir ausgehen. Wenn du das Abnehmen als etwas begreifst, das du für dich selbst tust, dann hast du beste Voraussetzungen, um dein persönliches Lieblingsgewicht zu erreichen und es auch langfristig zu halten. Fazit Also, Abnehmen funktioniert nicht durch Verzicht und Selbstgeißelung. Im Gegenteil, deine Ernährung muss dir auch Spaß machen, sonst hältst du dein Abnehmprogramm niemals durch. Das Einzige, woran du dich halten musst, ist die negative Energiebilanz. Die erreichst du, indem du deine Kalorienzufuhr und deinen Kalorienverbrauch träckst und miteinander vergleichst. Ziel ist es, langfristig mehr zu verbrauchen, als zu dir zu nehmen. Doch wie genau du das machst, das musst du letztlich selbst herausfinden. Am Anfang werden dir die neuen Tages- oder Wochenpläne und die ungewohnten Sporteinheiten anstrengend vorkommen. Kein Wunder. Denn du hast noch nichts automatisiert und musst alles ganz bewusst machen. Als würdest du ständig in eine Bedienungsanleitung schauen. Aber nach und nach findest du heraus, was für dich funktioniert und allmählich wird aus den vielen Umstellungen Routine. Und wenn du es schaffst, eine neue Routine zu entwickeln, dann bist du auf dem richtigen Weg. Du wirst es daran merken, dass sich eine tiefe Zufriedenheit in dir ausbreitet. Hört sich doch gut an, oder? Na, dann los, abspecken kann jeder.